Romator, ich muss aufstehen. Ah, Schiff Strobel ist zu schnell hier hochgelaufen. Der hat das zu schnell gerafft. Ich group die Runde mit Schiff Strobel. Das Ding ist, groupen macht keinen Sinn, weil die kommen einfach und double killen nicht. Kriegt der Sinn? Sehr gut. Das Problem ist, wenn ich die jetzt nicht fake und jemand sagt, ich hab die nicht gefaked, weil ich hier keine Aufgabe hab, das glaubt er mir halt absolut nicht. Deswegen fake ich die hier oben einfach, was soll ich machen? Äh, also ich bin gerade unten aus der Schleuse rausgekommen, oben liegt ne Leiche, Vase. Hast du die Leiche nicht gesehen? Also Rumatrass wird gerade da entgegengekommen und noch jemanden. Ja, ich auch. Warte mal, warte mal, warte mal, kann ich noch mal drehen? Nein, nein, der Vase, ich hab jetzt schon Vase gevotet, das ist mir zu blöd. Nein, 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 nein. Das ist mir jetzt, langsam wird es mir zu blöd. In dem Poster. Wie viele Runden hat Vase schon gewonnen zum Poster? Wo liegt die Leiche, sagt er, das ist es. Das ist Rumatrass. Ja, und den hat er jetzt, danke Henki, kick, fick ihn, quickscop, bam 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 bam. Das ist ein eindeutiges. PANG, weggeschossen. Kopfschuss, Helmbombe. Und ich war, ich war bei dem Fanko. Helmbombe Roman war. Helmbombe? Helmbombe, gib ihm ne, Micky gib ihm jetzt ne Helmbombe. Das ist ne Helmbombe, sag ehrlich. Micky, gib ihm ne Helmbombe. Nein, gib ihm ne Helmbombe. Ja, er hat ihm ne Helmbombe gegeben. Nein, der Helmbombe. PANDA, PANDA, AMANDA, wenn das kein Selfreport war. Wirklich, also ich komm ohne. Nee, Vase kann auch, also Vase kam mir wirklich entgegen so. Amanda war es auch nicht. Oh. Sondern? Guck mal, wenn der Poster sogar sagt, ich war es nicht, nein. Vase, also Vases Arsch, der hat die Leiche gesehen und irgendwie ne Minute später sagt, komm Vase, ich hab dich nicht gesehen. Ja, du hast jetzt ne Helmbombe, du hast jetzt ne Helmbombe kassiert. Von der Helmbombe, niemand, das ist ne Triple, ne Quadra Helmbombe. Ne, ne Fünffach Helmbombe. HENTER Helmbombe. HENTER Helmbombe. HENTER Helmbombe. Fiene vote ihn jetzt und danach vote mit dich, alles easy. Amanda, also Marta und sonst. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. So Marta und Chef waren noch da, aber du warst halt als Letzter in der Nähe der Reich. Okay, das heißt, ihr drei seid auf jeden Fall schon mal safe. Ich weiß nicht, wen ich war. Ja, also für den, kann ich nicht, dass die beiden das waren, ne. Richtig. Weil Chef Schubel war das auch nicht. Also das Ding ist, ich bin so oder so groß geworden. Das Ding ist, ich verrate euch jetzt mein kleines Geha... Ne, das verrate ich euch noch nicht. Das sag ich euch das nächste Mal. Ich verrate euch, dass Hanky und Micky in der Nähe von Kev waren und Kev sitzt du. Scheiße. Wo, ähm, was? Du warst auch in der Nähe. What the fuck? Ja, aber ich... Helmbombe! Ah, tatsächlich! HENTER Helmbombe! HENTER Helmbombe! HENTER Helmbombe! Das wird die Helmbombe! HENTER Helmbombe! Ja, 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 das war's. Danke für den P1-Sub. Wie Quickscoopt sie vom Table? Einfach weg die Quickscope. Fiene hätte das gar nicht sehen können. Oh. Ich würd sagen, wir... Wih... Ich würd sagen, wir... Quickscope mir noch viele raus, und dann hat sich das... Das ist... Das ist... Ich hab gar nichts verstanden! NEIN! Hey, Leute! Hey, 5 Sekunden! Das ist ein Quickscope! Den müsst ihr schnell wählen! Quickscope! Quick! 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 Ich bin der erste, der die Helmbombe gedrückt hat. Das war einfach ein Quickscope, was soll ich sagen? Ja, mein Quickscope, der ist einfach komplett daneben gegangen. Helmbombe ist Helmbombe. Du hast nicht maßensweißen Helm getroffen. Was?! Ich glaub, bei Schiffstrobel ist es nicht. Ich weiß von einer einzigen Person, dass sie es nicht ist und das ist Schiffstrobel. Oh shit, Schiffstrobel. Müssen sie uns erstmal finden hier unten, ne? Schön blöd von denen. Micky. Micky, nein! Micky, nein! Face, du sorry Face, du hast dich aber so sass gemacht. Ich nenn das Video einfach Helmbombe. Ich bin froh, dass wir so ein Detective wie Romatra bei uns dazu haben. Ja und so ein Detective wie Hanky, Alter. Ich hab einfach mit Hanky ein paar Helmbomben verteilt, die Runde. Letzte Runde hat Bicky mir vertraut. Letzte Runde hat Bicky mir vertraut, jetzt hab ich ihm vertraut. Ich gönn euch das, ich gönn euch das. Helmbombe. War zu gut, was soll ich sagen? Danke für den ganzen Support. Ah, Schiffstrobel hat YouTube in Ruhe gemacht. Dafür wollten wir ihn direkt raus. Ich grobe mit Fine. Ich grobe schon ein bisschen mit Fine. Einmal, weil ich sie gerade so hops genommen hab. Oh, was macht Face down? Fine ist es die Runde nicht. Ich schub die ganze Runde mit Fine. Ich hab einfach keinen Bock zu sterben. Schiffstrobel hat eine YouTube-Aufnahme. Wir werden auch gleich Amanda finden. Dann roten wir Schiffstrobel raus. Fine weiß, dass ich hier unten nicht töten würde. Das ist zu schlecht, hier unten zu töten. Hier unten wird keiner von uns beiden sterben. Oh mein Gott. Ich hab ein bisschen gepanickt. Ich hab ein bisschen gepanickt. Leiche liegt Admin. Und ich bin von einer Lifeline rübergelaufen zu Office. Hab den Emergency Button gedrückt. Hab mich dann einfach reporten können. Aber ich hatte Angst da unten rein zu gehen. MacJacker auch zwei Stunden vor Ort gespielt. Ähm, wer stand noch Lifeline mit mir eben? Ey Anders, du musst das anders fragen. Du musst das anders fragen. Chef, wo bist du gerade? Ich war Specimen mit Panda. Und dann seid ihr wohin? Wo seid ihr gerade? Wir sind gerade in der Schleuse nach oben. Da seid ihr beide noch zusammen drin. Wir sind beide zusammen. Ich bin Electrical. Mit? Alleine? Ach stimmt, du spamst da und snipest die Lichter. Ist abgekauft. Und jetzt gerade war ich auch wieder da und zu snipen. Ist absolut abgekauft. Micky, das wäre zu krass wenn Micky das... Dann gönne ich's dir Micky. Weil das unglaublich geil war. Ich war mit Fiene rechts oben noch in Lab. Da haben wir auch Chef... Da haben Chef und Panda mich gesehen. Das heißt... Ich hab dich beobachtet, wenn du gescannt hast. Ja, und ich kann das trotzdem vorher reingewendet sein. Ja, okay... Ja, ich weiß. Fiene ist sauer auf mich. Das verständlich, weil ich zu gut bin. Ähm... So, Chef war's nicht. Panda war's nicht. Ich war's nicht. Fiene war's nicht. Micky war's nicht. Henki war's nicht. Dann bleiben nur noch Sabine und Nico. Ja, Romatra, geiles Ausflussverfahren. Du fragst jeden, aber mich und Sabine fragst nicht, weil wir zusammen unten links waren. Das ist ein super Ausflussverfahren. Ui... Ey, ihr wart die ganze Zeit unterwegs? Wir waren die ganze Zeit... Ich weiß, wir waren in den Camps und danach war sie unten. Ich weiß, dass sie da war. Ja, ich war da. Die hab gemodet. Ist das Sabine oder Nico? Ja, Sabine. Ich bin grad gar nicht... Sabine oder Nico haben diesen Kill gemacht. Ich finde das, wo Romatra Absoluts hat. Keine Ahnung. Da haben Romatra gewonnen. Ja, Daphine hasst mich so sehr. Ich war zehn, was ich gemacht hab. Leute, aber ich war mit Nico da, aber ich hab Nico nicht die ganze Zeit gesehen. War's so gut, ich hab's gelöst. Oh, Nico. Hä? Oh, Nico. Ach, Leute, wirklich. Ich weiß nicht. Sabine ist aber auch so einer, die ich sprüche für alle. Wir können jetzt hier Nico und Sabine voten und wir haben das gewonnen. Komm, Micky. Komm, Micky. Ja, zwei Votes, hätte ich gedacht. Ey, Fiene, wirklich, ich bin's nicht. Was soll ich sagen? Diese Runde bin ich's nicht. Romatra, der Ausflussverfahren ist wirklich egal. Das war doch gut, das war einfach straight up perfekt. Nein, Romatra, du hast nicht gefragt, was ich gemacht hab. Ja, weil ich weiß, dass du den Kill gemacht hast. Ich hab natürlich erst die Leute gefragt, von denen ich's weiß. Um zu schauen, ob die die Wahrheit sagen. Ich lehre das auch schnell nochmal. Okay. Ich will nur noch mal kurz reden. Du sagst... Ey, Chef ist... Scheiße, Chef ist tot. Das wusste ich nicht. Ähm... Ganz schön, das hast du gleich beiseite geschafft. Ja, so wie mir gefällt. Du hast doch einfach einen kleinen Höhenflug, wirklich. Das, was du sagst, noch keinen Sinn. Nein, nein, Nico. Nico, hör mir zu, hör mir zu. Erstes Chef war's nicht, ich hatte recht. Ähm... Das Ding ist, ich frag natürlich als erstes die Leute, von denen ich weiß, wo sie sind. Ja, dann kannst du aber nicht einfach sagen, dass die oder die Schuld sind, du weil ich nicht drauf anworte. Wenn aber niemand mehr übrig bleibt. Wenn aber niemand mehr übrig bleibt. Ich frag die Leute, von denen ich weiß, wo sie sind. Ja. Weil ich weiß, dass Fiene ist bei mir. Ich weiß, Chef Strobl ist mit Panda am Ende in der Schleuse gerade. Und das weiß ich. Deswegen hab ich das gefragt. Was, was, was? Das musste ich. In der Runde davor. Ich wollte... Ich hatte nicht gedacht, dass einer so früh stirbt. Ich wollte euch direkt rücken. Wen hast du geworfen? Ist doch wahrscheinlich für mich. Ist ja egal. Ihr könnt mich jetzt worten und dann verliert ihr. Von mir aus worte ich mich jetzt selber raus. Ich will nur kurz sagen, dass es Niko ist. Und dann wahrscheinlich auch noch Fiene. Also Niko oder Sabine... Ja, Romantra hat eine gute Runde und denkt... Romantra, du weißt nicht selber, dass ich den Kill nicht gemacht habe. Ja, den Kill nicht. Aber es ist ja nur ein Kill geflogen. Ich vertrau dir. Aber Sabine auch wieder super. Sieht mich, wie ich runterrinne. Bin immer noch ganze Zeit in O2 und sie sagt dann, ich kann es gewesen sein. Sabine ist sowieso bester Alibidegger. Keine Ahnung. Ich hab gesagt, ich hab dich nicht die ganze Zeit gesehen. Ich hab dich oben reinkommen. Ach stimmt, scheiße. Du siehst, wie ich... Du siehst, wie ich... Wo? Hey, warte. Nein, nein. Stopp, 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 stopp. Waze, wo warst du eigentlich in der Runde? Wo war Miki? Nein, wo... So, du weißt... Miki hat mich auch gesehen. Nein, nicht jetzt. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde, wo ich war. Nee, wo du jetzt warst, Miki. Electrical? Mit? Ich bin gerade in Lab. Ich bin gerade in Lab. Was? Das ist gelogen, Miki. Ich war da. Wie... 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 Du musst dich gesehen haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Ah, Waze hab ich vergessen. Nee, Waze, wo warst du? Wo warst du, als Kev getötet worden ist? Äh... Southwest. Mit? Ich aber... Mit wem warst du da, Waze? Weil tatsächlich hab ich vergessen, Waze zu fragen, Waze. Das waren zu viele Leute. Miki... Miki hat mich auf jeden Fall gesehen, als er in Office reingelaufen ist. Dass ich nach links gelaufen bin. Office? Das ergibt alles keinen Sinn, Waze. Das ergibt alles keinen Sinn, Waze. Ja, und die Runde davor. Das ergibt alles keinen Sinn, Waze. Ja, macht wirklich Runde davor und nicht jetzt. Waze ist schon wieder am Trollen. Waze, das macht keinen Sinn. Waze, das ergibt alles keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Ich bleib bei Fiene, wenn ich tot bin. Ich hab btw geskippt und nicht Romarzer geworst. Waze ist es. Waze ist es. Waze ist es. Waze ist es nicht. Die ist nur sauer. Fiene ist einfach nur sauer. Aber... Scheiße. Ich hab Waze voll... Oh, das war ein Lack. Ich hab Waze voll vergessen. Fuck. Ich hab alle gefragt. Außer Waze. Ja, tut mir leid. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich hatte ich... Ah, jetzt bin ich selber verwirrt. Scheiße. Das nächste ist, die Leute hören einem nicht zu. Das hat alles Sinn gemacht, was ich gesagt hab. Waze, Sabine oder Nico haben den Kill gemacht. Einer von den drei ist es 100%ig. Und allein mit der Info kann man schon so viel anfangen. Die lassen niemals... Lassen die... Genau... Die zwei Leute am Leben. Die zwei Imposter. Das passiert nicht. Es ist Sabine. Was? Hm. Oh mein Gott. Ich fass es nicht. Ja, erklär mir das mal. Die Lights waren extremst lang aus. Ich bin extra nochmal rein. Hab mich in dich gestellt. Wollte Lights anmachen. Bin dann raus. Lights war immer noch aus. Das heißt, du hast ja... Ja, und wer war da noch? Wer war da noch? Und wer war vorhin schon saß? Wer? Darf ich jetzt da rausreden? Dann bin ich rausgelaufen. Wollte in Storage den letzten Kanister holen. Einen hatte ich schon fertig. Hab die Tür aufgemacht. Swabine ist oben vorbeigelaufen. Und warum bin ich wieder zurückgekommen? Darf ich mal ausreden? Ich hab nur so getan. Ich pack's nicht. Als würde ich dann in Storage reingehen. Ich pack's nicht. Weil in Storage stirbt man dann. Wer kam dann zurückgelaufen auf einmal? Wollte mich dann quasi in Storage töten. Swabine. Dann bin ich runtergelaufen. Aus der Reichweite. Richtung Table. Und sie ist mir den ganzen Weg hinterher gelaufen. Bis in den Table-Raum zum Emergency Meeting rein. Aber ich stand auf der anderen Seite des Tisches. Und hab dann statt den Button gedrückt. Henki, ich hab dir literally in der ersten Runde ein Alibi gegeben. Ich bin dir hinterhergelaufen. Weil Waze jetzt ins Doppelchen daher wollte. Ja, das stimmt überhaupt nicht. In der ersten Runde warst du auch gar nicht. Das stimmt gar nicht. In der ersten Runde warst du O2 bei mir. Hä? Was redest du? In der ersten Runde war's die O2 bei Waze, hat sie gesagt. That's it. That's it. Ich war im Electrical und hab gesehen, wie du das nicht dran gemacht hast. Das war dann O2 mit Nico. Henki, der Smarteste wollte, glaub ich. Also sorry. Romar drauf höhen, stimmt. Aber Henki, der wahre smarte hier. Das Ding ist, ich muss nur noch mal sagen. Keine Ahnung. Henki war für mich safe. Ich war die ganze Zeit Camps. Und ich hab gesehen, wie der Nico wirklich fünfmal durch Office gelaufen ist. Und da frage ich mich. Hä? In Lifeline? In Lifeline? Wie Lifeline? Ja und davor hab ich das Wasser aufgefüllt. Jetzt gerade? Das Wasser hab ich aufgefüllt? Nein, nein, nein. Nicht gerade. Nico war ja auch... Leute, wenn der mich kickt, ne? Hab ich heute echt die Schnauze. Also wie wollten wir jetzt hier? Michi, ich war mit vier Leuten aufgefüllt und hab mein Wasser aufgefüllt. Und ich hab gesehen, dass Michi Security die ganze Zeit war nicht so... Warum hab ich dich denn dann nicht gekillt? Ey Henki, weil du aus der Reichweite warst. Weil ich aus der Reichweite war. What? Aber Michi, kann ich ja bitte sagen. Michi, kick Swabine. Kann ich dir trauen Henki? 100%. Ich hab die Likes gesnipet diese Runde. Gesnipet hab ich die. Swabine hat die erste Runde gesagt, sie war O2 mit Vace. Und jetzt darf sie noch eine Crewmate-Runde verlieren. Ich darf dich noch eine Crewmate-Runde verlieren. Ganz komisch. Muss ich das Spiel deinstallieren. Und Romatra, ich hab den wirklich nicht gemacht. By the way. Falls du jetzt gar nicht denkst, ich hab den gemacht. Hä? Ich hatte Recht? Moment, hatte ich Recht? Ich hatte Recht? Ich hatte Recht? Was? Ich hatte Recht? Wie komisch. Das ist zu wild. Das ist zu wild. Das ist zu wild. Ich hatte einfach... Holy shit. Wow. Ich hatte einfach Recht. Das ist so doof, dass ich Recht hatte. Das ist so schade. Es sind Vace und Nico und ich hatte einfach Recht. Henki, du sagst 100% ich hab den Vertrauen zu mir. Vicky? Sie ist mir fünfte Sekunden hinterhergelaufen. Ja, ich bin hinterhergelaufen. Weil... Wir sind hinterhergelaufen, weil... Vicky, hey!